Bevor das Video losgeht, wollte ich wieder zwei Personen grüßen. Und zwar einmal die Julia Lagor und die Antje Schiemann. Genau. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, das Wochenende. Zum Glück. Und zu. So, noch was zum Pfiff. Was gibt es hier alles? Mh, nochmal das. Mh, lecker. So. Oh, Wuff, wie hast du mich erschrocken? Du hast Hunger, geil. Das ist das letzte Butter. Hier. Einmal. Komm, Wuffi, Wuff, darfst du fertig? Papa auch schon noch? Guten Morgen, Papa. Guten Morgen. Bist du schon wach? Wie du riechst? Mh. Willst du was essen? Mh. Mh, mh. Was trinken? Ja. Kann ich dir machen. Was willst du denn? Zitrone. Zitrone. Oh, Wuffi. Oh, Wuffi. Äh. Jetzt ist mein Bett besetzt. Hm. Was? Emilia ist auch schon noch? Emilia? Hi. Was ziehe ich denn heute an? Was hat ich dir schon ewig nicht mal an? Was ist ja eigentlich? Hast du Hunger? Hm, so, Müsli. Müsli? Okay, kann ich da machen. Kann ich bitte eine andere Schüssel haben? Klar. Ich hab diese Schüssel noch. Ja. Lecker. So. Alles mal in die Spüle. So. Papa, weißt du überhaupt, wie man spült? Ähm. Ich treib doch mal diesen Knopf hier und dann wird's schon laufen. Okay. Wir vertrauen dir einfach mal. Ja. Ich gucke mal im Heft. Okay. Ich muss ein bisschen malen. So. Guten Morgen. Guten Morgen, Papa. Na, hast du gut geschlafen? Ja. Ziehst du dich bitte an? Was soll ich anziehen? Keine Ahnung, was du alt hast. Hm. Wie ist das? Hast du Hunger? Hm, hm. Wie lange will denn Nicole noch schlafen? Nicole, aufstehen. Hm. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Was? Es ist schon 11 Uhr? So, nun haben wir geschlafen. Das Wochenende kann man doch auch schlafen. Ja. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Sag mal, wer hat denn die Spülmaschine so hoch eingestellt? Ähm. Schau mal, die muss nie wieder eingestellt werden. Ja. So, gut. Hä, okay. Das ist überhaupt keine Ahnung von Haushalt. Weil ich's nie mache. Mal raten. Decker. So. So. Gut. Die Spülmaschine ist jetzt fertig. Dann kann ich ihr jetzt das. Bein zu er. Gut. Und waschen. Gut. Gut. Geh auf. Oh. Zauberei. Geh auf. Geh auf. Was machst du? Guck wie du. Okay. Kann ich mitgucken? Ja klar. Der andere Turm. Ah. Ich bin umgefallen. Der neue Tierpark ist eröffnet. Kommen sie heute, morgen und das ganze Jahr noch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Ein neuer Tierpark. Das wäre doch was für Wuffi. Genau. Gehen wir doch dann hin, oder? Ja. Genau, wir gehen noch in den Tierpark. Was? Ich dachte, der hat geschlossen. Ein neuer. Was? Oh Gott, das ist immer so aufregend. Äh, warte. Okay. Und tun das schnell weg. Wow. Cool. Können wir gleich losgehen? Von mir aus. Paul? Hm? Tierpark? Ja! Ich nehm Bufi. Okay. Gehen wir jetzt mal. So. Ah, ich nehm mein Geldbottel noch mit. Oder mein Geld. Dann, dass man da was kaufen kann. Vielleicht Eis oder so. Dann habe ich das Geld dabei. So, okay. Vielleicht es dann Eis gibt oder so. Kann ich euch ein Eis kaufen. Okay, und jetzt geht's los. Kommt. Hier sind echt viele Tiere. Oh, wie scheint es hier zu gefallen? Alter, ich bin grad voll in Hundekake gedappen. Pass doch auf, wo du hinläufst. Ihhh. Dann besetzen wir uns mal da. Hier auf den Stamm. Dann kann ich das kurz sauber machen. Was gibt's denn hier noch alles? Oh. Guck mal, so kann man das nicht anders machen. Die ist groß, gell? Er hat ein bisschen Müll einmal. Okay, kann ich noch was machen. So. So süß. Und dann kommt ja noch mal. Komm. Komm. Was gibt's denn hier alles? Hey Rocky, komm wieder her. Aßen, komm wieder her. Der Hund ist aber alt. Ja. Kann man hier machen? Ah! Okay. Und Puls! Brav Wuffi, brav. Und Puls! Ja. Komm. Kann ich hier auf die Bank setzen? Mhm. Guck mal. Das war echt gut. Wir machen da picnic. Ja. Boah, darf ich ein Eis? Ja, okay. Hallo. Einmal ein Eis. Was? Was? Hm. Kirsche. Okay. Lecker. Ja. 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 Ich habe hier nur eine Kugel. Ja. Das ist das. Okay. Wollt ihr auch eins? Ja. Ja. Ich... Was willst du sein? Das hier mit... Schatz, willst du auch eins? Ne. Mach bitte 3... 50 Euro. 50 Euro. Danke. Danke. Ja. Ja. Ich glaube, dass wir keine Badeklamotten dabei haben. Ja. Oh, guck mal. Das habe ich früher geliebt. Ich guck mal, ob ich das noch kann. Äh, Michael. Wir haben keine Badeklamotten. Na und. Ist doch Sommer. Aha. Wo? Ah! Jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Ah! Ich bin flitsche nass. Papa, du musst das holen. Oh. Schnell. Ich bin voll nass. So. Was mache ich nicht? Ich bin flitsche nass. Ähm. Ich gehe kurz mit Papa was suchen. Okay. Ich würde dich abdrücken. Wann machst du das auch immer? Keine Ahnung. Hier kannst du das. So. Jetzt kommt es wieder. Okay, na. Das Ei schmeckt echt gut. Mhm. Lass da. Gut. Ah! her. Mauer entspannen. Mauer entspannen. Nein. Könnt ihr mit den Füßen ein bisschen rein? Ja. Ein bisschen halt mit den Füßen am Anfang. Das ist ja nicht so schlimm, wenn ihr an den Füßen nass wird. So wie Papa dann gleich am ganzen Körper, das ist dann nicht mehr so witzig. Hey! Ja. Ist echt heiß heute. Ja. Könnt ihr nicht zu Hause noch im Pool? Ja. Vielleicht hab ich euch die Füße mit ab. So. Paul noch. So und jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Ja. Wir müssen Rufi noch holen. Rufi! Komm. Wow. So. So nochmal. Wir gehen wieder nach Hause. Es ist schon dunkel geworden. Mhm. Komm Buffy. Wir gehen wieder nach Hause. Wir können jetzt noch ein bisschen fern gucken. Dann geht er aber ins Bett. Mhm. Paarboni sind oben. Okay. Ja genau. Du musst gewinnen. Los. Oh Moment. Hoffentlich gewinnt er. Nein. Er darf nicht gewinnen. Das Ei muss gewinnen. Nein. Eine Stunde später. Kinder. Tu dir dann so langsam einen Schlafanzug anziehen und ins Bett gehen? Okay. Komm Wuffy. Ich heiße doch nicht Wuffy. Nein. Ich hab Wuffy gemeint. Nicht dich. Ich weiß schon, dass du nicht Wuffy heißt. Das hoffe ich. Hm Wuffy geht in den Pool. So. Mein Schlafanzug. Mein Schlafanzug. Mein Schlafanzug. Mein Schlafanzug. So. Das räume ich hier noch auf. Uh. So. Und jetzt können wir auch ins Bett gehen. Ja. Okay. So. Wofür wird dann schon kommen? Genau. Das war's. Tschüss. Hm? Hehe.